Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf dem Kanal. Wie wir schon unschwer alle zusammen erkennen können, handelt es sich um Heavy Rain. Ich habe hier gerade, ich gucke gerade, ich kann auf Fortsetzen drücken. Achso, weil ich es vorhin schon mal kurz anhatte. Ja, heute ist der erste Sechste, alles Gute zum Kindertag! Ja, ich habe schon lange damit geliebäugelt, muss ich sagen. Ich war damals sehr, sehr traurig, als es hieß, nein, nein, Playstation 3 only. Aber lustigerweise hatte ich gestern erst eine Unterhaltung in den Kommentaren mit einem lieben Zuschauer, der da was geschrieben hat. Ähm, die Dollarzeichen in den Augen der Publisher und so müssen nur groß genug sein, ja. Und die müssen nur groß genug werden. Und Peng, Heavy Rain kommt jetzt demnächst für PC raus, für alle, die es noch nicht wissen, ja. Zusammen mit, äh, Beyond the Souls kommt auch für PC raus. Detroit Become Human. Gut, bei Detroit wusste ich es ehrlich gesagt nicht genau, aber die beiden anderen Titel wurden damals, äh, verheizt als, ja, Playstation only. Nur Playstation, nix anderes, ja. Nur eine Frage der Zeit, bis The Last of Us auch noch, äh, für PC oder so, andere Konsolen oder so rauskommt. Hm, naja, ich hab's in der Playstation 4 Version jetzt, wir spielen das Ganze auf der Playstation. Ähm, ja, und wir starten mal eine neue Story. Ich hoffe, jetzt kommt nochmal die Frage zum Schwierigkeitsgrad, weil ich musste das gerade schon, als ich hier so, da spielen wir am Anfang hier Gamma-Einstellungen und so Dreck haben, ähm, und da musste ich auch Schwierigkeitsgrad wählen, da war ich etwas überfordert. Ja, ich will einen Speicherplatz wählen. Wenn sie diesen Speicherplatz beginnen, wird der vorherige... Wieso wackelt denn das so hin und her? Was ist denn da los? Ist das normal? Okay, und wir kriegen nochmal den sehr schönen Tropfen Bildschirm. Samstag, 11 Uhr 22. So lieg ich auch immer jeden Samstag um 11 Uhr 22 im Bett. Ah, okay, und um zu interagieren, führen sie die angezeckte Bewegung mit dem rechten Sticker. Oh mein Gott, das ist jetzt aber schwer. Boah, ich hab das richtig gemacht, habt ihr das gesehen? Und was mir gerade auffällt, es gibt einige Tonhänger, ne? So, versuchen sie es langsam, um zu sehen, wie die Animationsgeschwindigkeit kontrolliert. Aha, wenn ich ihn wieder hinsetze... Na ja, okay. Hallo. Ähm... Halten sie R2 zum Laufen mit dem Link... Was? Was ist das für eine Steuerung? Okay. Äh, ich höre auch, wie meine Playstation hier ziemlich rumrödelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist tatsächlich neu für mich. Das kenne ich auch noch nicht. Also wenn es hier komischen Ruckler gibt, weiß ich auch nicht. Dann ist es mal nicht diese Verbindung hier mit dem Remote Play, sondern dann ist das irgendwas mit der CD. Das ist nämlich eine gebraucht gekaufte über Rebuy. Wo ich mich eigentlich noch nie angeschissen hab mit. Auch nie. Also Rebuy kann ich empfehlen. Und nein, ich werde da nicht gesponsert. Ich werde von gar keinem gesponsert. So, wir haben hier unseren Protagonisten. Der ist, äh, um 11 Uhr 22 mal für nötig hält, an einem Samstag aus dem Bett zu kriechen. Wie professionell. Aber naja, gut. Ähm, da hier draußen Kinderspielzeug und sowas alles ist. Genau, ich muss vielleicht noch was sagen dazu. Und zwar, ähm, die Frage, ob ich, äh, inwiefern ich mit dem Spiel vertraut bin, ist vielleicht noch interessant. Ähm, da es ein Playstation-Only-Titel war und ich mir keine Playstation 3 gekauft hab damals, ähm, und mich erst vor ein, vor weniger Zeit eigentlich für die Playstation 4 endlich mal entschieden hab, hab ich dieses Spiel nie selber gespielt. Ich habe aber ein Let's Play dazu gesehen, eins, als es rauskam, das Spiel. Und als es hieß Playstation-Only, hab ich mir gedacht, ja komm, das Spiel findest du mega geil, aber nur um dir für ein Spiel, ähm, eine Konsole zu kaufen, ist ein bisschen Quatsch. Ja, also habe ich ein Let's Play gesehen vor etlichen Jahren. Das heißt, ich könnte hier fast schon behaupten, das ist ein Blind-Let's Play. Ist es an sich nicht, die grobe Story weiß ich, ähm, ich weiß auch noch, wie es ausging, aber so alles dazwischen, keine Ahnung. Das hat die Details, ja, die spielerischen Details, die hab ich natürlich nicht im Kopf. Absolut gar nicht. So, dann gucken wir uns das mal an. Foto. Wir sind verheiratet, wir haben eine Ische. Yes. Sind wir das? Lächel, lächel. Und wir haben natürlich auch eine tolle Familie. Deswegen wundert's mich, dass der um 11.22 Uhr im Neste liegt, äh, an einem Samstag. Das hätt's bei uns in der Familie nicht gegeben. Wenn mein Vater so im Bett rumgelegen hätte, äh, hätte meine Mutter schon was gesagt. Indem sie L2 gedrückt halten, können sie jederzeit die Gedanken des Charakters hören. Uhu. Ich dusche lieber und zieh mich an, bevor ich runtergehe. Ist dieser komische Hall, ist der normal? Dieses, habt ihr das auch gehört? Dieses metallisch verzerrte? Hm. Ne, ich wollte doch rausgehen. Wir machen erstmal, ich muss mich erstmal ein bisschen in die Steuerung reinfinden. Das ist ja ulkig, dass man hier R2 gedrückt halten muss. Können wir über die Brüstung springen? Das wär super. So, erstmal den Nachbarn bespannern. Können wir hier? Ne, können wir nicht. Wir können hier einfach nur gechillt am Balkongeländer stehen und ansonsten nichts tun. Und ich höre einen Hunde bellen, das heißt, wir haben wahrscheinlich einen Hund. Und hier sind, oh, hier ist ein Kinderzimmer mit einem Tipi. Oh. Gucken wir hier noch, wie der Boss. Yeah. Alles klar. So, da haben wir jetzt genug die Nachbarn begrafft und uns mal gezeigt in unserer ganzen Boxershorts-Präsenz. Wir gehen einfach mal wieder rein. Balkongtür lassen wir auf, was soll schon passieren? Die paar Einbrecher. Hahaha. So, äh, nee, er will ja erstmal duschen. Das heißt, wir ziehen uns ja noch nicht an. Ähm. Was ist denn hier noch im Raum? Sind Zettel da unten, den sehe ich. Was steht denn da drauf? Bin einkaufen. Ich hole die Kinder mittags von der Schule ab und bereite dann Jasons Geburtstagsfeier vor. Arbeite nicht zu viel. Ich liebe dich. Denkt ihr alle auch gerade, was ich denke? Wieso holt ihr die Kinder von der Schule ab, wenn es Samstag ist? Hä? 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 Es ist doch Samstag. Was machen die Kinder an einem Samstag in der Schule? Oh, ein Vogel. Hallo. So, hat er irgendwelche Gedanken? Nee, hat er nicht. Okay. Also mit der Steuerung, das ist echt komisch. Dass ich hier echt Ding ins Gerdrück halten muss. So, ich würde sagen, wir putzen uns erstmal die Zähne, oder? Obwohl, wir gucken uns erstmal schön im Spiegel an. Sehen wir denn gut aus, ja. Nee, wir rein... Nein, ich... Ich wollte jetzt nicht rasieren. Achso, ich muss das langsam machen. Was ist denn, wenn ich hier fahle? Kann ich dann... Schneidet er sich dann die Kehle durch und ist tot? Oder zu schnell? Sie sollten die Bewegung langsam mit dem rechten Stick ausführen. Das tue ich doch. Wir rasieren doch hier den Ethan richtig schön. Heißt der Ethan? Oh Gott, jetzt... Entweder habe ich es jetzt verraten, wie der heißt, oder ich habe mich gefartan. Ich habe irgendwie eine Erinnerung, der heißt Ethan. Aber ich kann mich auch hören. Wir gehen erstmal duschen. Drücken Sie... Drehen Sie Ihren Kopf, um die mögliche Aktion zu sehen. Schauen Sie sich mit dem linken Stick die Dusche an. Ach, okay, mit dem linken drehen wir unser Köpfchen. Ah ja, und wir können auch die Buchse ausziehen und dann geht das ab. Dad ass. Können wir unsere Gedanken hören? Ne. Achso, oh. Gott, so viel Platz habe ich doch hier gar nicht. Achso, bewegen Sie den Controller schnell hoch und runter. Ah, okay. Ich habe hier übrigens das Ding ja mit einem Kabel an meinem Computer. Da muss ich ja hier zur Seite ausweichen. Ja, ich mache doch. Scheißteil. So, jetzt. Ich hatte ihn zu sehr gekippt. So, machen wir dich noch schön sauber. Schön. Ziehst du jetzt nicht etwa die alte Unterhose wieder an? Ja doch. Ach Mensch. Nee, es ist eine Frische. Wurde an die jetzt hergeholt? Naja gut, dann putzen wir noch die Zähnchen natürlich. Das muss ja sein. Dann haben wir gleich beim Duschen die restlichen Bartstoppeln weggewaschen. Das ist super. Und jetzt machen wir uns mal die Hauer schön. Äh, shake it. Ich stehe übrigens früh auch im Bad. In der einen Hand habe ich meinen Playstation-Controller und in der anderen habe ich meine Zahnbürste. Und dann wackele ich damit. Das ist blöd, wenn das mit dem Kabel ist. Warte mal, schnell hoch und runter, bis das Symbol verschwindet. Ach siehste, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich wollte ja noch was machen. Also ihr müsst das hier als diesen Eingewöhnungspart mir durchgehen lassen. Wir spielen dann Hardcore, wenn es soweit ist. Und zwar Schwierigkeitsgrad. Genau, da war ich kurz mal etwas überfordert. Ähm, weil es gibt, ich spiele sehr oft Videospiele. Ich kenne mich bestens mit dem Wireless-Controller aus. Ich spiele regelmäßig Videospiele, ich kenne mich mit dem Wireless-Controller aus. Und ich spiele ab und zu Videospiele, ich kenne mich nicht sehr gut mit dem Wireless-Controller aus. Das Problem ist, wenn es hier wirklich um Leben und Tod geht und das hier schon so gut anfängt mit mir und meinen super Fähigkeiten. Eigentlich bin ich recht gut in diesen Quick-Time-Events. Aber mit diesem Schütteln des Controllers, das ist ein bisschen blöd. Tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Den musste ich jetzt auch ein bisschen von mir weghalten dabei. Weil ihr müsst euch das so vorstellen. Ich sitze am Tisch und, ähm, vor mir steht an einem, auf einem Tisch stand Fuß, ist mein Mikrofon eingeklemmt. Und ich sitze ziemlich dicht dran. Das heißt, ich habe den Controller unterm Tisch in der Hand. So in etwa läuft das ab. Und, äh, wenn ich den jetzt da hoch und runter schütteln muss, dann muss ich den da vornehmen und zur Seite. Naja, gut. Äh, ich will mich jetzt nicht rausreden. Bestens nämlich nicht. Ähm, ich habe die Befürchtung, dass das dann ein bisschen zu sehr krachen geht. Denn das hier ist ein Spiel, wo Leute tatsächlich sterben können, wenn wir falsche Entscheidungen treffen. Und wenn wir teilweise Reaktionen nicht schnell genug vollziehen. Das ist spannend hier. Vor allen Dingen, wenn ich R2 gedrückt hatte, läuft er einfach. Das ist... Genau, und jetzt können wir hier so ein bisschen den Kamerawinkel drehen. Immer aus seiner Sicht dann, oder? Da läuft jemand! Erschießt sie! Was sind das da für Blagen? Runter vom Rasen! Aber wir können uns ja auch erstmal anziehen. So, haben wir noch Gedanken? Oh, guck mal. Ach, das ist so komisch metallisch, weil er... Ach, nee, warte mal. So, genau. Das ist, weil er... Weil es seine Gedanken sind. Jetzt verstehe ich das. Okay. So, was nehmen wir denn heute? Das fancy Sport-Outfit. Als der hyper-cooler Dad, der wir sind. Ja. Jeans und T-Shirt. Nie verkehrt. Ne, es ist sogar ein Hemd. Fein. Und ein T-Shirt noch drunter. Ach, Mensch. Dann gehen wir mal ins Kinderzimmer. Gucken, ob die Blagen ihren Scheiß auch weggeräumt haben. Ansonsten kriegen sie gleich eine Beschrafung. Na. Na. Oh, die Steuerung ist echt interessant. Ja, dann jonglieren wir erstmal mit drei Bällen. Warum auch nicht. Für Aktionen, die Timing und Präzision erfordern, drücken sie die angezeigte Taste, sobald sie erscheint. Oh, guck mal, schon haben wir es hingekriegt. Da haben wir schon den ersten Test bestanden. Zum Glück bin ich ein altes Playstation-Kind. Also ein junges Playstation-Kind. Und bin das ein bisschen gewohnt. Wäre das jetzt der Xbox-Controller, hätte ich Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Da weiß ich immer noch nicht, wo X und Y und B und was weiß ich jetzt. Also aus einem Stehgreif könnte ich es nicht benennen. Okay, haben wir hier erstmal alles durchsucht. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal runter in unser tolles Haus. Oder besser gesagt, wir gehen in unserem tollen Haus nach unten. Und hier ist die Geburtstagsfeier. Also ist das heute. Die Gedanken des Charakters ändern sich mit der Situation. Überprüfen sie sie regelmäßig. Okay. Ja, chillen wir erstmal. Uh. Uh. Vielleicht läuft was im Fernsehen. Ich könnte mich auf dem Sofa entspannen, bis Grace und die Kinder zurückkommen. Ich hoffe, Grace hat ein Geschenk für Jason bekommen. Äh. Es ist fast Mittag. Grace und die Kinder müssen jeden Moment zurückkommen. Okay. Puh, hier erstickt man ja. Ich schnapp im Garten mal frische Luft. Ich habe Durst. Es müsste Orangensaft im Kühlschrank sein. Ich bräuchte dringend einen Kaffee. Gott, welcher Mensch hat denn so viele Gedanken auf einmal? Obwohl ja... Warte mal. Oh Gott, was haben wir denn hier alles? Hier ist ja ganzes... Was ist denn das? Ach guck mal, jetzt können wir rausgucken. Das alles ist unser Land mit dem Zitronen-Shampoo. Ne Quatsch, dem Zitronen-Spüli. Okay, cool. Hm, dann gucken wir mal. Können wir hier ein paar Trauben essen? Ja. Nom. Ja, friss ruhig für die Geburtstagsfeier deines Kindes alles weg. Ich nehme an, dass es hier um die Geburtstagsfeier des Kindes geht. Ähm. Von Jason. So. Dann gucken wir doch mal. Er hat ja gesagt... Oh, guck mal, da steht sogar eine Torte drin. Orangensaft, Bier, fertig essen. Oh. Seht ihr, und das passiert, wenn man unterm Tisch probiert zu facken. Ja, schnell hoch und runter. Wie soll ich denn das machen, Playstation? Du bist ein Knilch. Äh, äh, äh. Ach, ich hab jetzt verstanden, ich muss das Richtung Playstation halten. Nicht in die andere Richtung. Das ist ja super. Hä? Was macht der Typ? Achso. Jetzt auf X. X, 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 X. So, Hauptfigur erstickt, alle tot. Geil. Okay. Dann gucken wir mal... Entschuldigung. Dann gucken wir mal, was wir noch alles ruinieren können. Wo ist denn die Kaffee... Hier ist die Kaffeemaschine. So, jetzt machen wir erstmal noch ein Käffchen. Ich muss euch vielleicht was ganz Dunkles gestehen. Ich trinke keinen Kaffee. Ich mag den nicht. Ich finde Kaffee ganz... Ja, eklig. Also... Ja. Und ich finde Leute lustig, die früh so einen auf Drama machen. Oh, ne Kaffee kann ich nicht existieren. Ah, da habe ich den ganzen Tag schlechte Laune. Ah, da komme ich gar nicht zur Potte. Ja. Naja. Aber auch ich habe dafür andere Sachen, auf die ich nicht verzichten will. So hat ja jeder sein Zeugs. Und das gilt es auch zu respektieren. Wir können ein bisschen die Mucke anmachen. Obwohl, Moment, nee, Copyright. Nee, 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 lalalalalala. Nee, wir machen Musik wieder aus. Komm, mach die Mucke wieder aus. Hier, mach wieder aus, mach wieder aus. Sehr gut. Ähm... Bei Musik ist es immer so eine Geschichte. Oh, da kommt ein Auto. Ist das unsere Frau? Guck mal hier, Fernsehen können wir doch... Oh, nee, guck mal, wir können ja noch arbeiten. Was ist das denn für ein Scheiß? Können wir hier die Fernbedienung benutzen? Wir gehen auf jeden Fall mal gleich in den Garten. War das gerade König der Löwen? Ach nee, wir haben... Ach, wir haben den Fernseher einfach wieder ausgemacht, wie es läuft, ne? Ich werde mal in den Aufnahmepausen... Äh, in der Aufnahmepause werde ich mal gucken, ob ich die Steuerung umstellen kann. Das ist wirklich... Also, ich finde das sehr befremdlich. Ich benutze die R2-Taste sonst höchstens zum Zielen. Ach, legen wir uns jetzt hier noch ins Gras, oder was? Oh, schön, jetzt genug gefaulenzt. Können wir auch rennen? Uh, Schwerter! Nö, jetzt soll nicht die doofe Familie kommen. Ich wollte jetzt gerade meinen Schwertkampf vorführen. Ach, zwei Kinder. Natürlich. Na klar, ihr hast die Schlüssel, hau rein. Ethan! Er heißt Ethan, jawohl. So, nehmen wir unserer Frau erstmal die Tüten ab und knallen sie ihr vor die Füße am besten. Na. Kann ich die auch falten? Na, ich will's jetzt nicht testen. Aber alles fallen lassen wäre, glaube ich, auch eine Möglichkeit gewesen. Sie sind so aufgeregt seit heute Morgen. Ich konnte sie im Supermarkt kaum wendigen. Wie war dein Tag? Ist die Arbeit gut gelaufen? Ich hab gar nicht gemacht. Ah, nicht wirklich. Ich habe es irgendwie nicht richtig hingekriegt. Ich glitsche stattdessen. Eigentlich habe ich noch eine Eingebung. Nächsten Monat sollen die Pläne beim Kunden sein. Was für eine Pläne. Ah, ich hab noch tausend Sachen zu tun. Ich werde nie fertig, bis Jasons Freunde kommen. Was für Freunde. Hilfst du mir bitte? Ah, die Dessertteller sind im Wohnzimmerschrank. Okay. Kein Problem, ich mach das schon. So, Wohnzimmerschrank. Oh, die haben auch noch eine ganz schöne Luxusbude hier, ne? Und was ist er, wenn er sagt Pläne? Ist er irgendwie so ein Designer oder wie ich es nicht, Architekt? Also das ist jetzt das Erste, was ich denke, wenn ich höre, ja, ja. Ah, Architektur. Ich dachte, das wären die Teller. Ach so, da. Sei doch nicht so undankbar, blöde Zippe. Entschuldigung. Ja, nein, wir helfen natürlich unserem holden Weib. Die sich hier kümmert. Ja, also der scheint Architekt zu sein. Aber es ist so schön, dass ich... Ach so, nee, Moment, Moment, Moment. Ah. Ich muss mich an diese Controller-Rumschmeiß-Gesten, muss ich mich noch gewöhnen. Oh, da ist ja so ein... Ich will ja schließlich auf keinen Fall Ärger mit deiner Mutter kriegen. Vorsichtig. Vorsichtig. Oh. Hey, Eason, du hast gesagt, du passt auf. Tut mir leid, ich passe besser auf. Ei, ei, ei. So, jetzt zerschlagen wir erstmal Großmutters Porzellan. Zu schnell. Sie sollten die Bewegung langsam mit dem rechten Stärk. Oh, hier. Oh Gott, das ist ja Maßarbeit. Okay, cool. Und was können wir jetzt zerschlagen? Ich bin sonst unglücklich, wenn ich nichts kaputt machen kann. Aber ich sehe jetzt erst das rote Auto da unter dem Tisch. Oh, ich will es haben. Ich glaube, ich bin das... Ich bin nicht die richtige Person, um einen Familienvater zu spielen, wahrscheinlich. Ich habe das heute noch nicht gesagt, Mrs. Mars. Ich finde sie sehr attraktiv. Sie sind auch nicht schlecht, Mr. Mars. Ich weiß, was du willst, Eason. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Schade. Ich muss mich um diese Party kümmern. Wir setzen die Unterhaltung später. Wenn die Kinder spielen können bis oben drei. Was? Äh. Oh Gott. Also ich will ja jetzt nicht zu kritisch sein, ja. Aber die Frau macht gerade das ganze Zeug. Die ist einkaufen gewesen. Sie hat sich mehr um den Jörn gekümmert. Und er kommt und das erste, was er will, ist fügt. Oh Gott. Liebe Männer. Nein. Das ist doch... Hast du schon das Geschenk für Jason? Ja, ich habe es heute Morgen im Laden gekauft. Ja, und auch sie besorgt das Geschenk. Oh, ich habe Glück. Es gab nur noch das eine. Vor allem, sie besorgt das Geschenk. Graf Koks pennt hier bis um 11 Uhr 22. Oh Gott. Oh, nee. Der Mann, der Mann regt mich jetzt schon innerlich auf. Jason ist glücklich. Ich wollte gerade sagen, wer zum Teufel ist Jason? Das mir aufgefallen wird. Achso. Ja, aufgefallen ist. Was? Aber na gut, wenn die so eine fancy Relationship-Beziehung haben, dann... Okay, sie will nichts. Tschüss, komm, wir gehen. Können wir hier in den Tüten rumwühlen? Vielleicht hat sie uns Schnaps gekauft. Wir gehen mal zu unseren Kindern. Und gucken, ob die irgendwas anstellen, wofür wir sie bestrafen können. So. Erstmal die Jörn unter Kontrolle kriegen. Die spielen mit Schwertern. Wir müssen sie aufhalten. Drehen sie den Kopf ihres Charakters mit dem Stick. Warte mal, wer hat hier geboten? Geburtstag. Weil er Geburtstag hat. Oh, gibt's hier auch die Loslass-Option, wo ich das Kind dann in die Scheibe knalle? Wisst ihr, wo man den Jungen dann in unsere Terrassentür reinwirft? Soll man übrigens mit Kindern gar nicht machen, wegen der Armen, äh... Ich bin jetzt dran, ich will auch mal. Na klar. Wegen der Arme, ne? Weil die können auch auskugeln bei Kindern. Besonders bei kleineren Kindern. Und den jetzt in den Basketballkorb reinstopfen. Oh, 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 oh. So. No. Ja, zeig uns deine Muskeln. Oh Gott. Okay, festhalten. Okay, es ist niedlich. Faktion, die Kraft oder Schnelligkeit verlangen, drücken sie die Taste wiederholt, bis das Symbol verschwindet. Oh Gott. Hakunis! Yay. Wir sind der Stärkste. Wir sind der Stärkste. Jetzt haben wir uns die Bandscheibe rausgesp... Nein, Quatsch. Oh, wir kriegen sogar Szenenbeifall von unseren eigenen Kindern. Hauptsache, die finden uns toll. Oh Gott. Oh nein. Jetzt bist du erledigt. Du wirst für alle deine untaten Büsten, Schurke. Oh, können wir unserem eigenen Kind irgendwie wehtun? Uh. Aua. Das ist aber gemein. Der Junge hat Geburtstag, du Penner. Oh. Ach komm, die kleine Mistkrücke machen wir. Fertig. Jetzt müsste Stimme von drinnen kommen. Eva, verprügelt sie schon wieder die Kinder? Nein. Oh. Oh. Oh nein, ich hab verkackt. Das haben wir natürlich mit Absicht gemacht, damit der Junge auch mal ein Erfolgserlebnis hat. Ah, die Musik ist ein bisschen laut, ne? Tschüss, toter Papa. Ja, ja. Läuft. Ja, um dich scherzt sich keiner, ne? Pech. Er fragt doch mal dein holdes Weib, ob sie sich nackt mit dir im Garten sielt. Nun denn, das war ja jetzt schon mal sehr schön. Ich würde sagen, wir beenden hier erst einmal den Part. Ja, das war jetzt so ein bisschen diese Einführung, ja? Ich muss mich, wie gesagt, erstmal ein bisschen dran gewöhnen mit der Steuerung, das ist ein bisschen komisch. Aber nichtsdestotrotz, das kriegen wir schon hin. Und im nächsten Part schauen wir dann mal, wie Jasons ganz, ganz toller Geburtstag ablaufen wird. Und dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid bei diesem Projekt dabei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.